Liebe, ich grüße euch hier zu meinem neuen Video, zu meiner kleinen Abendroutine. Ich dachte, ich nehme euch einfach gleich mit. Ich habe seit längerem keine Maske mehr gemacht. Wir suchen jetzt zusammen eine aus und dann falte ich mal die Sachen, die ich jetzt aus dem Trockner rausgenommen habe. Anna, was wollen wir denn machen? Augen? Ja, du willst zeigen, ja. Augen, Handmaske. Oh, ich glaube, ich nehme entweder dieses. Lemon Cupcake, das habe ich auch gar nicht noch ausprobiert. Ich habe so viel, das ist von Müller, so eine. Und die muss ich in den Kühlschrank tun. Die muss ich in den Kühlschrank tun. Die ist schön, gell? Das habe ich ja, die zwei habe ich ja auch von Müller, aber aus Kroatien. Ich muss euch mal zeigen, welche Masken ich habe. Also ich tue das jetzt. Ich kann das auch jetzt tun. Die war auch nicht schlecht. Die war auch nicht schlecht. Lollipop. Die weiß ich gar nicht. Ich glaube, die hat Leonie mal gemacht. Dann habe ich ja auch noch diese Maske. Ja, ich habe auch den Zettel von der liebe Niki. Die hast du mal ausprobiert. Nein, ist das nicht gut? Nein? Nein. Okay. Okay, das ist nicht so gut. Oh, Fuß, das mache ich jetzt. Ich mache auch meine Füße so trocken. Was ist das denn hier? Fußbealing, Fußmaske, Scrub and Care, mit pflegender Scheerbutter und Kokosduft, viel geschmeidig weiche Füße in zwei Schritten. Okay. Ah, Schritt eins, Schritt zwei. Okay. Anna schmeißt hier alles weg. Ja, Schatz. Ja, Schatz. Und hier habe ich auch noch mal für die Füße. Schaut mal. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Ich freue mich. Füße. Die ist echt gut. Die ist echt gut, diese Santi. Okay. Habe ich ja mehrmals schon von der lieben Hilde erhalten und habe auch einmal schon selbst gekauft. Okay. Aha, Maske. Haarmaske muss ich woanders tun. Seht ihr, ich sortiere auch wenigstens mal mit euch hier. Ja, die ist ja auch richtig cool. Das haben wir hier. Okay, hier haben wir auch manche schon. Ja, nichts mehr Interessantes, ne? Das ist toll. Das mag immer der Assini machen. Hat ja so ein tolles, ne? Eulenmuster. Tuchmaske. Limited Edition. Okay. So, Liebchen. Ich glaube, wir machen die Masken jetzt wieder alle drauf. Das ist ja Augennacht. Ich glaube, die mache ich mir auch gleich. Die lege ich in den Kühlschrank. Haar, ähm, lasse ich hier. Kann ich ja morgen waschen. So, willst du jetzt? So, jetzt machen wir zu alles, ne? Sieht gut aus. Jetzt gehen wir ins Schlafzimmer und, ähm, ja, da tue ich jetzt einmal die Sachen palten. So sieht das aus. Ja, ja, ja. Ist frisch aus dem Traktor, ist noch warm, deswegen palt' ich das jetzt schnell und verräume das auch direkt weg. So, jetzt mache ich hier diese, äh, eins, den Fuß. Ich habe mir jetzt, mich jetzt hier hingesetzt. Nicht erschrecken. Ich habe hier so ein Ausschlag, ja, was heißt Ausschlag, so eine Problemsohne. Das juckt bei mir momentan sehr, sehr, sehr. Und, ähm, ich kriege das nicht gut weg. Ähm, ja, muss beim Hautarzt hin. Ich hatte das schon mal, äh, so hier die Zone, ähm, weil ich so in den Füßen, so wie, ähm, wie soll ich sagen, äh, wie Dermatitis hab, äh, muss die Haut sehr, sehr gut pflegen. Äh, ja, wozu ich in letzter Zeit überhaupt gar nicht so gut komme. Ja, deswegen. Ich muss die Creme, ich habe ja auch extra Creme dafür vom Hautarzt. Muss das mal nutzen. Auf jeden Fall tue ich das jetzt schön hier massieren. Schön den Scrub. Hier meine Füße. Ja, und dann geht's weiter. So, jetzt mache ich hier das Zweite. Auch, es fühlt sich richtig gut an. Muss ich sagen, wirklich. Ähm, die Creme ist so weiß. So weiß. Ja. So, ihr Lieben. Ähm, jetzt bin ich so glücklich. Mein Gesicht ist sauber, weich und, ähm, jetzt vom Augenabschminken habe ich schon ein bisschen die Wangen genommen. Genau, ich mache mir jetzt gleich, ich zeige euch, ich habe das ja schon gezeigt. Ähm, hier diese Maske. Ja, mache ich mir, ähm, tue ich mir gleich auf die Augen. Ist ja auch für die Nacht, ne. Tue ich mal schlafen. Irgendwann geht's ab. Meine Füße bleiben jetzt so einmassiert. Es zieht sich auch schon hier langsam ein. Muss ja das so 10, äh, bis 15 Minuten einwirken lassen und Reste einmassieren. Also, da warte ich jetzt noch ein bisschen ab. Das heißt, ich wünsche euch alles, alles Liebe, wunderschönen Abend, äh, Nachtmorgen, wann auch immer ihr mein Video schaut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich freue mich über eure Däumchen nach oben, über eure Kommentare sowieso. Und es wäre super, super, super herzlich nett, wenn ihr, äh, vielleicht unser Kanal, äh, unterstützen könntet und neues Abo abschließen, ne. Ja, unser Kanal abonniert, äh, für noch mehr Videos von uns zuzuschauen, zu sehen, mit uns, äh, das Leben gehen, ähm, das Leben gehen, ja, mit uns, unseren, mit uns, unser Leben, ne. Also, ihr wisst schon, was ich meine, äh, mit uns eben wachsen und, ähm, ja, es kostet euch ja nichts, äh, es ist kostenlos, auf jeden Fall. Die Anna will jetzt hier ein dreckiges Tuch nehmen, Moment, auf jeden Fall, die Anna trinkt jetzt ein bisschen, ähm, und wir werden schlafen gehen. Ja, äh, äh, ich hab jetzt andersherum gequatscht, auf jeden Fall möchte ich mich einfach bedanken bei euch und ich quatsch jetzt nicht einfach Mist hier, äh, hab euch alle toll, ganz, ganz, doll lieb, äh, vielen Dank fürs Abonnieren, wie gesagt, ähm, es kostet euch nichts, ich zwinge hier aber auch niemanden wirklich, soll nur freiwillig sein, wenn wir euch, äh, gefallen, dann gerne abonnieren. Dankeschön und bis morgen, bis zum neuen Video. Tschüss, ihr Lieben, tschüss, Anna, tschüss, 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 oh, ihr kriegt auch noch ein Kussi.